Willkommen auf dem Kanal Richtige Wahl. Heute werde ich Ihnen die besten Elektrorasierer mit Trimmer vorstellen. Ich gehe auf die Eigenschaften der einzelnen Modelle ein und zeige ihre Vor- und Nachteile auf. Es wird interessant sein. Los geht's! Beim Sweet LF SWS 71005 handelt es sich um einen robusten und effizienten Rasierer, der sich besonders durch seine Nass- und Trockenrasurfunktionen auszeichnet. Die 3D schwebende Kopftechnologie sorgt dafür, dass der Rasierer eng an die Konturen von Gesicht und Hals anliegt, was eine besonders gründliche Rasur ermöglicht. Sein leistungsstarker Motor arbeitet dabei überraschend leise, sodass du deine Rasur in vollen Zügen genießen kannst. Ein kleiner Wermutstropfen ist der integrierte Pop-Up Trimmer, der nicht ganz mit der Hauptfunktion des Rasierers mithalten kann. Dieser Trimmer ist zwar für leichte Nachbesserungen geeignet, erreicht jedoch nicht die Präzision spezialisierter Trimmer. Im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie den von Philips bietet der Sweet LF ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis. Trotz seines günstigeren Preises steht er in Sachen Design und Leistung seinen teureren Mitbewerbern in nichts nach. Dieser Rasierer bietet eine effiziente Leistung und gute Akkulaufzeit und ist mit einer Reisesicherung ausgestattet, was ihn zu einem idealen Begleiter auf Reisen macht. Sie möchten den Preis dieses Modells erfahren oder Kundenrezessionen lesen? Verschwenden Sie nicht Ihre Zeit mit der Suche. Schauen Sie sich stattdessen in die Beschreibung dieses Videos. Ich habe Amazon-Links für jedes Modell in meiner Auswahl hinzugefügt. Dort werden Sie alles finden, was Sie interessiert. Der Panasonic Serie 700 ES ALT 4B überzeugt mit einer hervorragenden Rasierleistung, die durch seine nano-geschliffenen Edelstahlklingen und den multiflexiblen Scherkopf ermöglicht wird. Dieser Rasierer ist ideal für die tägliche Anwendung und gleitet sanft über alle Konturen deines Gesichts. Die Technologie des Bartdicht-Sensors passt die Schneidleistung an die Bartdichte an, was eine gleichmäßige Rasur garantiert. Trotz seiner starken Leistung weist das Gerät eine relativ kurze Akkulaufzeit von nur 45 Minuten auf und kann nicht im Netzbetrieb verwendet werden. Dies könnte bei längeren Rasurvorgängen oder vergessenen Ladezeiten zur Einschränkung führen. Im Vergleich zu ähnlichen Modellen zeichnet sich der Panasonic durch seine hochpräzise Schneideleistung und das wasserdichte Design aus, was ihn besonders für die Verwendung unter der Dusche geeignet macht. Setze ein Like und abonniere meinen Kanal, damit du keine neuen Videos verpasst. Teilen Sie Ihre Meinung mit und stellen Sie Fragen in den Kommentaren. Der Braun Serie 6 ist ein äußerst hautschonender Rasierer, der sich besonders für empfindliche Haut eignet. Mit dem dermatologisch getesteten Sensoflexkopf und den Sensofoilklingen minimiert dieser Rasierer den Druck auf die Haut und bietet gleichzeitig eine effektive Rasur selbst bei dichten Bartpartien. Die Orthosense-Technologie passt die Motorleistung automatisch an die Bartdichte an, was ein gründliches Schneiden mehrerer Haare in einem Zug ermöglicht. Eine der Herausforderungen bei vielen Rasierern ist die Handhabung von längeren Barthaaren. Hier überzeugt der Braun Serie 6 mit seiner Fähigkeit, auch nach mehreren Tagen ohne Rasur effizient zu arbeiten. Dank der Kombination aus Flexibilität und Leistung bietet er eine angenehme Rasur, ohne dabei die Haut zu irritieren. Besonders praktisch ist auch die Ausstattung dieses Modells. Es kommen in einer Ladestation, einem Bartschneideraufsatz für verschiedene Bartlängen von 0,5 bis 7 mm und weitere nützlichen Zubehörteilen wie einer Reisetasche und einer Reinigungsbürste. Hast du schon mal einen Rasierer benutzt, der sich fast so anfühlt, als würde er die Arbeit von alleine machen? Der Philips Serie 7000 S7783-59 könnte genau das sein, wonach du suchst. Dieses Gerät bietet nicht nur eine gründliche Rasur, sondern schützt dank der fortschrittlichen Skin IQ-Technologie auch deine Haut vor Irritation. Die Kombination aus Skinglide-Beschichtung, Steel Precision-Klingen und 360 Grad flexiblen Köpfen sorgt dafür, dass der Rasierer sanft über dein Gesicht gleitet und jedes Haar präzise erfasst. Allerdings ist nicht alles perfekt. Einige könnten finden, dass die Notwendigkeit, die Reinigungsstation regelmäßig zu verwenden, um optimale Hygiene und Leistung zu gewährleisten, etwas umständlich ist. Zudem ist die Investition in Ersatzklingen und die Reinigungsstation langfristig ein zusätzlicher Kostenpunkt. Im Vergleich zu anderen Rasierern auf dem Markt schicht der Philips Serie 7000 mit seiner technologischen Ausstattung heraus. Besonders die Skin IQ-Technologie, die Haardichte erkennt und die Schneideleistung anpasst, bietet ein deutliches Plus gegenüber Modellen, die diese Anpassungsfähigkeit nicht bieten. Stell dir vor, du hättest einen Rasierer, der sich jeder Kontur deines Gesichts anpasst, ohne dass du dabei Kompromisse in der Leistung eingehen musst. Der Braun Serie 7 könnte genau das Richtige für dich sein. Dieses Modell ist nicht nur mit einer AutoSense-Technologie ausgestattet, die die Dichte deines Bartes liest und die Leistung entsprechend anpasst, sondern es kommt auch mit einem 360-Grad-Flexkopf, der die Rasur selbst in schwierigen Bereichen erleichtert. Ein möglicher Nachteil könnte die hohe Kunststoffverwendung im Vergleich zu älteren Modellen sein, was einige Nutzer als Verminderung der Gesamtwertigkeit empfinden könnten. Auch die Reinigungsstation bietet nur noch einen Modus im Vergleich zu den drei der älteren Modellen, was die Wartungsoption einschränkt. Ein Vorteil gegenüber ähnlichen Rasierern ist die Fähigkeit der Serie 7, mit verschiedenen Aufsätzen erweitert zu werden, was ihn zu einem vielseitigen Werkzeug für deine gesamte Körperpflege macht. Außerdem unterstützt das Modell sowohl Trocken- als auch Nassrasur, was es sehr anpassungsfähig macht, je nach deinem Vorleben zu rasieren. Wenn du nach einem Rasierer suchst, der sowohl Präzision als auch Hautschutz bietet, könnte der Philips Serie 9000 Prestige genau das Richtige für dich sein. Dieses Modell zeichnet sich durch seine Skin IQ-Technologie aus, die sich an deine Bartdichte anpasst und so eine besonders glatte Rasur ermöglicht, selbst bei 7 Tagebärten. Einer der Nachteile könnte sein, dass es sich bei diesem High-End-Gerät um eine teurere Investition handelt, die nicht für jedermann erschwinglich ist. Die hochentwickelten Funktionen und die Qualität der Rasur rechtfertigen jedoch den Preis für diejenigen, die bereit sind, in ein Premium-Produkt zu investieren. Im Vergleich zu anderen Modellen auf dem Markt hebt sich der Serie 9000 Prestige durch seine fortschrittlichen Technologien wie die Nanotech Dual Precision Klingen und die Hydro Skin Glide Beschichtung hervor, die eine sanfte Rasur ohne Hautirritation ermöglichen. Dieses Modell bietet auch eine außergewöhnlich hohe Schneideeffizienz durch seine hohe Geschwindigkeit und Fähigkeit, sich an verschiedene Haardichten anzupassen. Und hier kommen wir zum letzten Teil der Bewertung. Vergessen Sie nicht, dass Sie in der Beschreibung unter diesem Video Links zu allen Modellen aus meiner Bewertung finden. Wenn Sie diesen Videobereich nützlich fanden, unterstützen Sie mich bitte mit einem Like. Ihre Kommentare helfen, den Inhalt noch besser zu machen, also zögern Sie nicht, Ihre Gedanken mit mir zu teilen. Und natürlich solltest du meinen Kanal abonnieren, damit du keine neuen Folgen verpasst. Bis bald!